Rhein kam man nur mit Karte. Die waren allerdings schnell ausverkauft. War man dann mal drin, waren auf der Young Farmers Party in Hannover Spaß und gute Stimmung garantiert. Where are you from? I'm from Colombia. I'm from Norway. Ich komme hier aus Süd-Hannover. Aus der Nähe von Braunschweig. Nordrhein-Westfalen komme ich. Helmstedt. Aus Süd-Hessenland. Aus Stuttgart. Aus Nordrhein-Westfalen. Aus Giel. Aus Burgholzhausen. Ich studiere an der TU München Agrarwissenschaft und ich komme eigentlich ursprünglich aus Baden-Württemberg. Hast du einen landwirtschaftlichen Hintergrund? Ja, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause, Rhein-Ackerbau. Und wie gesagt, ich bin Student, studiere Landwirtschaft. Einen eigenen Betrieb zu Hause, ohne Milchvieh, ohne Schweine, ohne Hühner. Ich habe Landwirtschaft gelernt und Landwirtschaft studiert und komme auch vom Betrieb. Ich bin Betriebsleiter auf einer Sauenanlage, habe vorher Agrarwissenschaften studiert. Ackerbau und Grünlandbetrieb zu Hause. Ich bin Agraringenieur. Ja, wir haben Farms. Wir bieten Pure Blood, Fleckbeam und Simmental. Das ist ein Kraschbeam. In den Tropiken, in Kolumbien. Wir haben eine Farme in der Westen der Nordrhein-Westfalen mit 16 Kauern und Braun-Swiss. Und was erwartet ihr euch von der Party heute? Guten Austausch mit jungen Mitmenschen in unserem Alter, die wir zum Teil auch kennen vielleicht. Freunde wieder treffen aus dem Studium. Ja, Netzwerkpflege und Leute treffen. Ganz genau. So sehe ich es auch. Alte Bekanntschaften wieder treffen und hören, was sich in der Zeit entwickelt hat. Ja, viele neue Leute kennenlernen, internationale Kontakte knüpfen und ein bisschen Spaß haben. Ein paar spaßige Stunden. Ja, ein paar spaßige Stunden. Vielleicht ein paar Kontakte knüpfen. Weil ich gehört habe, hier gibt es ganz nette Junglandwirte. Ich bin expecting Salsa und Reggaeton zu tanzen, aber ich weiß, dass das nicht passieren wird, weil die Deutschen nicht einen Styl zu tanzen haben. Tut mir leid. Ich werde lernen, wie er tanzen und wie ich viele neue Leute wissen werde. Wie gefällt dir die Party? Ich habe noch nicht so viel gesehen, aber so weit wie ich es überblicken kann, gefällt dir sehr gut. Sehr gut. Ja, die Spitze. Eher besser als letztes Mal sogar. Super Musik, super Leute, super Stimmung. Das ist klasse. Kann ich mir empfehlen. Die Young Farmers Party in Hannover. Auch in diesem Jahr hieß das wieder Netzwerken und Spaß haben für über 2500 junge Agrarier.